Tiny Bind Cradle Games Dieses Spiel speichert automatisch. Schalte dein Gerät nicht aus, während es speichert. Regel Nummer 1 als Gamer. Und damit willkommen zu einem weiteren Angedaddet. Heute zum Spiel Hellpoint The Thespian Feast. Was irgendwie so eines der ersten Kapitel ist von dem Spiel Hellpoint an sich. Das dieses Jahr im April dann endlich mal erscheint. 2017 habe ich bereits in meiner letzten Testreihe das Spiel mal angespielt. Da gab es eine Demo dazu. Jetzt ist dieser Teil von Hellpoint kostenlos verfügbar. So als Prequel könnte man fast sagen. Oder halt als Reinschnupperkurs. Hellpoint ist ein Science Fiction Dark Souls. So habe ich es damals vertitelt. Und ich würde es auch dabei belassen. Und... Ja, ich bin jetzt gespannt, wie sich das Spiel jetzt nach weiteren zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit gemacht hat. Und was mich dann halt erwartet, wenn ich das Spiel mir dann halt holen werde. Weil es ist definitiv eins der Spiele, die ganz weit oben auf meiner Wunschliste stehen. Und... Ja. Von daher, wenn ihr Dark Souls mögt... Glaube ich, ist es nicht verkehrt, wenn ihr euch das auch auf den Wunschlusten packt. Aber... Schaut erstmal selber rein. Eventuell selber auch runterladen. Link dazu ist in der Videobeschreibung sowohl auch zu dem fertigen Spiel. Und... Also zu dem kommenden fertigen Spiel. Und... Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Und gucken mal, was daraus wird. Ähm... Name... Mammut. Mein Name ist Mammut. Drücke die Starttaste auf dem Controller oder die Eingabe-Taste der Tastatur. Ladevorgang. Port... Isoudun. Drücke nach oben zum Aktivieren und direkt um die Gruppe. Alles klar. Ich habe keine Ahnung. Also das Spiel hat sich wahrscheinlich halt jetzt im Laufe der Zeit enorm entwickelt. Früher hat es noch so kleine Schwächen gehabt. Man hat schon früh gesehen, wohin es halt hingeht. Alles klar, ist ein Dark Souls. Aber sehr schwammig noch von der Steuerung her. Gucken wir mal. Ähm... Wähle deine Ausrüstung. Mit Whale Gun, mit Kreuzschild, Zweihänder und Architektenschild. Komm, Zweihänder. Komm. Ich bin Zweihänder-Typ. Komm! Komm. Wumm! Ihm! Bäh! P妳ём! Ihm! Zaprożovani! Wimm! Ihm! 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 Das ist mein Schurag. Das ist mein Schurag. Das ist mein Schurag. Das ist mein Schurag. Nein, Sie haben zwei Domen. Ja, und da sind wir. Und jetzt so auf dem ersten Blick sieht das Spiel schon eine ganze Ecke fertiger aus als es noch da war. Vernünftiges Interface und tralala. Ich guck mal ganz kurz. Ganz ganz kurz drüber. Steuerung mäßig auch. Das hier ist halt der normale starke Schlag. Äh, äh, normaler Schlag. Das müsste das starke Schlag sein. Das erinnert mich sehr an das Move-Set von den schwarzen Ritten aus Dark Souls. Wenn sie ein Schild haben, oder? Ne, nicht ein Schild. Eine Großaxt war das. Hat er ja auch dann diesen Move hier gemacht. So. Ähm, das ist ausweichen. Sehr gut. Rollen. Fühlt sich sehr wie Dark Souls an. Von Steuerung. Das ist dann Kamera anvisieren. Okay. Das ist mein Schild. Ähm. Kann ich mein Ding auch zweihändig nehmen? Ich hab mein Ding jetzt verwendet. Okay. Da ist irgendwie Magie oder sowas. Keine Ordnung. Muss man halt dann gucken. Ah. Ich benutze irgendeinen Kubus. Das war das, was vorhin da stand. Okay. Dann weiß ich jetzt aber immer noch nicht. Wie kann ich jetzt mein Ding zweihändig auch nehmen? Mal gucken. Was haben wir denn hier? Untersuchen. B zum Ducken. Du meinst ausweichen. Okay. Also Lokalisation ist noch nicht so die beste. Ähm. RB Schnellangriff. RT starker Angriff. Jo. Hab ich auch was gefunden. Riss stabilisieren. Das ist glaube ich meine Art Leuchtfeuer hier. Wo ich dann halt auch. Scalen kann und sowas. Genau. Benutzerinfusion. Werte durchzuführen von Aktion erhöhen. Jo. Was ich jetzt aber noch nicht habe. Weil ich hab ja nix. Weil ich hab ja noch keinen Gegner getötet. Gar nix. Was haben wir hier? Oh. Ich kann springen. Okay. Ja stimmt. Das war auch vorher schon so. Ziel anvisieren. Jo. Okay. Das heißt jetzt werde ich hier gleich auf mein erster Ziel treffen. Jo. Da ist er. Mr. Wackelkopf. Na kann ich auch nicht so rum circlen wie in Dark Souls? Ups. Okay. Ja. Also das Kampfgefühl ist schon mal ein wesentlich besseres. Auch wenn er hier ein bisschen sehr rumtänzt mit seinen zwei Händen. Aber. Jo. Gefällt mir soweit. Was ich sehe. Was ich. Was ich beim Spielen fühle. Aktion. 111. Wupptidu. Hier kann ich bestimmt das Ding interagieren. Dann mache ich hier ne Tür auf. Frachtzugangsdaten erforderlich. Okay. Egal gut. Die habe ich nicht. Da hinten ist ein dicker. Der ist bestimmt voll dick ey. Da steht auch noch einer. Jo. Einfache Gegner. Die können nichts. Der hat irgendwas fallen lassen hier. Oder es ist einfach nur ein leuchtet Dings. Grafikfehler. Keine Ahnung. Hier liegt was. 4 Liter Kohlenstoff. Und Aktion. Zum Aufleveln. Äh. Ich gehe jetzt. Um halt einen Sprint. Okay. Okay. Der hat nichts weiter. Bevor wir zum Dicken gehen. Will ich erstmal. Ganz kurz gucken. Was wir noch so haben. Ich erinnere mich sehr. An. Ähm. Den ersten Bereich. Den wir hatten. Damals. Als wir das letzte Test gemacht haben. Allerdings. Kamen wir damals. Hier. Aus dieser Richtung. Sofern ich mich nicht irre. Mal haben wir auch einen Fahrstuhl. Oder sowas. Ich bin der Meinung. Damals. Kamen wir aus dieser Richtung. Oder haben wir da oben da. Oder sind wir überhaupt. Erst hier lang gegangen. Nee. Diese Game Partikel. Sind einfach überall. Okay. Guten Tag. Ihr ganz. Auch schon. Im letzten Test. Die haben mich voll auseinander genommen. Okay. Bisher keine große Bedrohung. Wahrscheinlich aber auch. Hängt das damit zusammen. Dass ich einen großen Zweien habe. Der groß Schaden macht. Und die Gegner ordentlich stackert. hat. Ich denke nicht. Das ist mit anderen Waffen. So einfach wäre. Okay. Da liegt was. Das nehmen wir. Da Xion. Frachtzugangsdach. Na siehste. Dann können wir jetzt durch die eine Tür da. Hä? Da ist ein Arm. Da ist ein kaltes. Eiskaltes Händchen. Ihhh. Da ist ja noch eins. Ihhh. Der hat mich. Der hat mich. Der hat mich voll. Aaaaah. Au. 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 Ich wollte gerade trinken. Okay. Jo. Okay. Jetzt aber trinken. Oder Stimpeg mäßig. Keine Ahnung. Puh. Okay. Das war beinahe mein Tod. So. Was haben wir denn jetzt hier? Ich höre hier noch irgendwas. Da kommt ein Händchen. Natürlich kommt hier ein Händchen. Hast du gerade mit den Fingern geschossen? Oder was hast du getan? Wo hast du mit den Fingern geschnippt? Okay. Kann ich benutzen zum Klettern. Aaaaah. Okay. Okay. Wahrscheinlich sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Okay. Ich komme nicht raus. Wo komme ich denn hier raus? Okay. Den Angriff können wir auch. Quasi aus der Luft dann angreifen. Aber wie komme ich denn jetzt hier raus? Hallo? Das sagt mir immer wieder keiner. Ich weiß auch noch nicht was genau mein Kubus hier macht. Der die ganze Zeit mir immer rumfliegt. Was seine Aufgabe quasi ist. Ich weiß es nicht. Ich kann mich jetzt auch nicht hier irgendwie durch das Fenster hier irgendwie durchschmuggeln oder so. Die Frachtzugangsdaten sind ja eigentlich für eine andere Tür. Hier kann ich eh... Habe ich nicht mal einen Schalter mit dem ich da irgendwas machen kann. Ich kann dieses LT mit laufen. Muss mich echt noch gewöhnen. Hm. Hm. Habe ich vielleicht irgendeinen Gegenstand mit dem ich mich zurück teleportieren kann. Heilmethode. Umkehr. Omnikubus. Omnikubus. Licht. Ah. Okay. Umkehr. Keine Ahnung was Umkehr genau ist. Fahrtfindung. Okay. Okay. So. Du zeigst mir jetzt den Weg, ja? Und wie? Gibt's da vielleicht irgendwo Einstellungen? Steuerruhen. Tastenbelegung. Da. Controller. Springen. Interagieren. Fähigkeit verwenden. Fähigkeit habe ich nicht. Das kommt wahrscheinlich noch. Lucken. Hallen. Sprinten. Haupthand. Nebenhand. Navisieren. Ne, also wenn ich Y drücke passiert halt nichts. Also es hat nichts mit dem Kubus zu tun. Okay. Und das ist das Licht. Und der Weg für nur macht nichts. Habe ich vielleicht hier irgendwo Zeug, was ich noch nicht gesehen habe, weil kein Licht. Hier, was ist denn hier? Da kamen wahrscheinlich die Gegner raus und haben mich dann überrascht. Ich glaube nicht, dass ich da gehen kann, sonst, sonst gäbe es da wahrscheinlich auch so ein Button. so von wegen so rum. Ja, mach mal. Hm. Hm. Für sonst, äh. Oh. Ach ne. Okay. Sonst würde ich mal sagen. Ich mach mal hier ganz kurz das Spiel beenden. Wir sind ja noch nicht weit. Man würde halt nochmal neu anfangen. Vielleicht auch mit der anderen Klasse. Vielleicht. Spielt sich das halt auch nochmal anders. Das ist halt auch dann für mich interessant zu erfahren. Ich nenne ihn, äh, Richard. Richard, der Schwertjunge. Oder so. Mal gucken. Vielleicht dieses andere Zeug auch. Vielleicht ist auch einfach die Tür da verbuggt. Ich hab halt auch gesehen, ich bin halt in der Discord-Gruppe von dem Spiel hier. Und, ähm, da gab es wohl jetzt zur Veröffentlichung dieser, dieses Kapitels so ein paar Probleme. Bugs-technisch und so. So, jetzt haben wir hier das Ding. Und eine Kanone. Okay. Okay. Das ist dasselbe wie vorher. Wollen wir ihn nicht kurz angucken. So. Wo ist denn der Gegner von vorhin? Hier war doch vorhin noch ein Gegner. Hm. Schluss mit diesen Karnevalen. Okay. Hm. Nehm ich mal mit hier. Ich weiß nicht. Wie viele Kanonen hab ich denn? Ach, das ist Mana. Okay. Das mach ich mit meinem Mana. Der hat jetzt aber nicht den anderen Gegner gepoolt. Kacke. Okay. Ja, ich hab ja jetzt kein Schild mehr. Okay. Der schnitzelt sich aber ordentlich schnell. Ja, jetzt warten wir bis der, bis der Dicker da wegkommt. Sonst holen wir den noch mit, wenn wir jetzt den anderen da gleich holen. Ich hab ihn gepoolt. Ich hab ihn gepoolt. Ja. Halten Sprint. Alles klar. So wie immer. So, jetzt ist die Frage, geh ich jetzt da runter. Ach, da steht jetzt noch einer. Okay. Der stand vorher aber nicht hier. Gut. Okay. Mana regeneriert sich wohl. Jetzt haben wir wieder mehr als vorher. Ja. Okay. Die Gullidecke sind hier aber schon offen. Ich mach ihm mal das Licht an. Wenn hier gleich die eiskalten Händchen rauskommen. Hallo. Achso, das war dann hier. Ah, okay. So, damit geht die Tür dazu. Jo. Au. Nicht mit dem Fingerschnipp mir. Aber dadurch, dass ich jetzt so weit weg war, kamen jetzt nicht sofort hier die anderen da aus den Schächten raus. So. Ist das auch nochmal? Bum. 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 Oh, Leo. Bum. 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 So, aber jetzt auch hier stehen wir vor derselben Frage wie vorher mit dem anderen Charakter. Wir wissen nicht, wie kriegen wir die Tür auf. Hier ist kein Schalter, kein gar nichts. Und ich glaube nicht, dass man erst hätte woanders hin müssen. So ist das Spiel tatsächlich nicht konzipiert. So. Das Händchen ist auch weg. Hier ist ja nichts. Also. Ach, da. Ah. Vorher nicht gesehen. Vielleicht auch teils wegen dem Licht. Ich weiß es nicht. Siehste. Schon kommen wir weiter. Okay. Dann könnten wir theoretisch da unten lang. Oder halt erstmal unsere Aktionen sichern. Was da halt wieder die Gegner halt hervorholt. Das sichern wir erstmal unsere Aktionen. Sicher ist sicher. So. Ähm. Benutzer Infusion. Was machen wir denn? Steht das hier irgendwie, was ich... Was diese Waffen für Werte brauchen? Reflexe. Oder? Ich glaube das ist Reflexe der Wert. Sofern ich das jetzt richtig verstanden habe. Probieren wir mal. Hm. Reflexe. Machen wir das mal ein bisschen mehr. Ja. Das wird auf jeden Fall das Zeug. Ich komme hier auf 16. Und ein bisschen Gesundheit. Bestätigen. So. Aktionen verbrauchen. Was macht das? Ach, das sind die einzelnen Dinger. Okay. Das sind quasi wie unsere... Ähm. Die Seelen, die man halt aufsammeln kann. Die man ploppen lassen kann. Aus Dark Souls. Okay. Ach, da steht einer. Oh. Da bin ich viel zu früh. Ausgerichtet. Okay, aber Leben scheint sich nicht zu regenerieren. Dann... Das kann natürlich problematisch enden. Muss aber nicht. So. Was haben wir denn hier? Inseliumstange. Ah ja. Schnee muss ja immer so hin. Ah, okay. Die Kisten kann ich zerstören. Kühnes Abbild. So, so. Frag mich nicht wofür. Siehst du, hätte ich ja auch ruhig erstmal hier runter gehen können. Naja. Hinterher ist man immer schlauer. So, und das heißt, wir gehen jetzt zu dieser Tür, die halt verschlossen war. Ja. Und dann gehen wir hin durch. Wohin? Unico muss einsetzen. Ja. Unico muss einsetzen. Ja, okay. Für Programm wechseln. Okay. Okay. Das tun wir da an. Also da. Okay. Shit. Ich hör's nur von hinten rummeln. Ich war unachtsam. Ich hab nur was gehört. Da kommt wieder so ne Hand. Habe ich jetzt genug Krach gemacht? Habe ich jetzt die Aufmerksamkeit der ganzen Station auch bei mir? Oh komm. Ist das tot? Vielleicht. Ich hör das hier sich so an, als würde hier noch was krabbeln. Ein Diamantbach. Okay. Kante kannst du nicht nehmen. Da oben steht einer. Ups. Ob ich da hinkomme? Nö. Nicht so. Na dann nicht. Hallo? Von einer Seite ging das doch. Wo geht's hier hin? Ich hab ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Weiß das da oben links? Warum? Warum leuchtet das jetzt? Was? Ist das ein Gefahrenmeter? Oder was ist das? Ich hab keine Ahnung. Na komm raus. Nein. Ach da ist einer. Hallo. Falls gibt's geschlitzeltes. Oh. Da hinten schießt einer. Das sieht doch anders aus. Wow. Okay. Okay. Ich hab mein bestes getan, Bruder. Okay. Ich hab leider nichts mehr zum heilen, ne. Das ist ein bisschen doof. Da frage ich mich ja auch so, ne. Diese Leiste da unten. Dreht die sich einmal voll und dann habe ich was zum heilen? Oder wie funktioniert das? Das weiß ich halt noch nicht. Da hoffe ich, dass mir dann das fertige Spiel dann ein fünftiges Tutorial zu gibt. Weil sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Ja, ich hätte da vorhin überall rüberspringen können. Ich weiß. Ich wollte schon sagen, willst du nicht mehr reagieren? Also ich glaub, so ein paar kleine Fehler hat das Spiel definitiv noch. Wenn's rauskommt, werde ich dem auch nochmal ein bisschen Zeit geben, damit sie auch wirklich halt so weitestgehend Bugwechsel betreiben können. Aber ich würde das Spiel schon echt voll gern spielen. Und ich find's interessant, was halt sich alles inzwischen halt verbessert hat wirklich in den ganzen Spielen. Weil es hat deutlich Fortschritte gemacht. Erheblich. Und das zum Positiven. Okay, sonst ist hier nichts. Achso, da unten geht's durch. Ah. Ah. Mehr Aktion. Wahrscheinlich werde ich das so spielen, dass ich zumindest ein Schild hab, mit dem ich hier Dinge, wenn ich um Ecke gehe, halt irgendwie blocken kann und so. Ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Komm ich raus, wo ich denke, wo ich rauskomme? Glaube ja. Nein. Nein. So nicht. So, jetzt können wir meinetwegen mal da rüberspringen. Wow, 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 wow. Jo, da ist ein Gegner in seinen Tod gefallen. Okay. Kommt den eiskaltes Händchen raus? Ich hoffe nicht. Okay. Wollte ich jetzt dennoch gerne da hinten einmal rüberspringen. Weil da ist ja noch ein Item. Guten Tag. Ich hole nur das Item. Nur das Item. Nicht anfassen. Nein. Fui, aus. Der schießt mit seinen Fingern. Der magische Finger des Todes. Der macht nicht nur einen Schnipser. Nein, der schießt mit dem Schnipser. Die ziehen natürlich die Akku von sonst woher. Okay. Ich habe einmal heilen. Hat sich tatsächlich halt aufgefüllt einfach. Okay. Was halt noch so eine Sache ist, ist halt bisher, es lohnt sich noch nicht wirklich, äh zumindest mit dieser Waffe, ähm, starken Angriff auszuführen. Weil, A, es kostet mehr Zeit. B, es macht nicht so viel Schaden, wie wenn ich in der Zeit halt irgendwie mit kleinen Schlägen dazu haue. Aber es bringt den Gegner halt ins Staggern. Sprich, er wird halt aufgehalten in seiner Animation auf jeden Fall. Er kommt ins Straucheln. Was für ein Vorteil sein kann. Ich glaube auch die, die Lebensleiste, also, nein, diese Lebensspritze da unten links, die füllt sich auch, glaube ich, mehr auf, wenn ich einen Gegner haue. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Hallo. Bewusstseinsgefäß unbekannt, okay. Ich glaube nicht, dass es da lebendig runter geht. Ich geh mal wieder. Ja, mit diesen Kisten, wo gar nichts drin ist. Schlimm soweit. Wer hat denn euch das beigebracht? Na gut, da liegt auch was. Von hier schon? So, von, von da. Oh, ich erinnere mich an diesen Raum. Den gab's in der Demo auch. Ach, guck mal hier. Steht auch betreten. Okay. Au. Au. So, und ich muss hier weg, 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 weg. Ach, kack, ja, komm, du musst dir ein Eiskaltes händchen. Au. Oh Gott, da können wir noch mehr gegen... Ach, du Kacke. Ja, das ist zu viel. Zu viel für mich. Und da werden noch mehr gekommen. Abkommen linken. Getötet. Erfolgreich. Ja, betritt die nächste Realität. Aber... Das Spiel hat erheblich Fortschritte gemacht. Also ich, ich find's sehr cool. So ein paar kleine Bugs oder halt... Ne, gut, es sind ja nicht immer Bugs. Es sind halt so, so Kleinigkeiten wie, ne, wenn halt so eine Hand irgendwie dann vor dem Schlupfloch steht und sowas. Ähm... Das sind halt eigentlich Kleinigkeiten. Das trübt jetzt nicht so das... Das Gameplay an sich, sondern halt eher halt so die, die, die... Immersion. Na, das ist eigentlich auch schon alles. Aber ja. Im Großen und Ganzen definitiv etwas, worauf sich für mich ein bisschen so das Warten schon fast gelohnt hat. Und... Ja. Ich würd' sagen, ich beende jetzt hier erstmal das Angedattelt und wir sehen uns zu diesem Spiel dann wieder, wenn ich dazu ein Let's Play starte. So ein Trademark. Ähm... Bis dahin allerdings wünsche ich euch auch noch viel Spaß, danke euch für's Zuschauen und bis zum nächsten Angedattelt.